Du bist ein kleiner, großer Held, der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held, den Gerechtigkeit noch zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Du bist ein kleiner, großer Held, den Gerechtigkeit noch zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Neid und Habgier findet man wohl überall in der Welt. Wer kann schon von sich behaupten, dass er es immer gut mit dem Andern meint. Nur allzu oft ist jeder von uns sich selbst der Nächste und möchte das größte Stück vom Kuchen abbekommen. Aber Vorsicht, was du für immer zu besitzen glaubst, kann dir schnell wieder genommen werden. Gratuliere, Herr Lord. Ihrer Gerissenheit verdanken wir all diese kostbaren Schätze. Ich würde zu gern dabei sein, wenn Sie entdecken, dass Sie reingelegt wurden. Jetzt mach mal ein bisschen Tempo-Matsch. Jetzt schlägt's aber 13. Lord Elven hat es schon wieder reingelegt. Verdammt, unsere ganze Mühe war umsonst. Das wird er uns büßen, dieser Schweinehund. Ist es nicht ein erhebendes Gefühl? Endlich sind wir die wohlhabendsten Männer des Landes und können uns jeden erdenklichen Wunsch erfüllen. Also ich schlage vor, dass ihr mich nun ausbezahlt und mir meinen Anteil gebt. Es ist genug von allem da. Bedient euch. Ich begnüge mich mit der Hälfte des Goldes. Den anderen Plunder könnt ihr behalten. Gold, 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 Gold. Sagt, Lord, habt ihr eigentlich schon überlegt, was ihr mit dem vielen Gold anstellen wollt? Werdet ihr eine neue Kirche bauen lassen? Später vielleicht. Vorerst hab ich andere Pläne. Ist es nicht fantastisch, wie es glänzt? Es gibt nichts Göttlicheres. Ach übrigens, Lorde, meint ihr Knie und ihre Darmen bemerkt, dass die Kutschen vertauscht worden sind? Das ist sehr unwahrscheinlich. Sie sind jetzt bestimmt schon auf der Jagd nach den Ganoven, die sie beraubt haben. Eher würden sie sterben, als hier mit leeren Händen anzukommen. Ich bin sicher, ihr werdet vorzüglich schlafen. So verbindet sich das Angenehme mit dem Nützlichen. Wer vermutet schon unter meinem Bett eine Goldkammer? Das ist wirklich ein ausgezeichnet, idylles Wort. Ich darf mich jetzt empfehlen und wünsche euch eine gute Nacht. Oh, danke. Ich wünsche euch ebenfalls eine gute Nacht. Dieses Ekel! Dieses Monster! Ganz ruhig, Schäppchen, bitte. Bitte! Dieser Bastard zur Hölle soll er fahren! Oh Gott, nochmal, wo hat dieser verdammte Kerl bloß dieses Gold versteckt? Ich fürchte, er hat uns wieder mal ganz böse an der Nase herumgeführt. Und wir Trottel sind ihm auf den Leim gegangen. Wie bitte? Was soll das heißen? Wir sind ihm auf den Leim gegangen. Lord Elvin hat es darauf angelegt, dass wir die Kutsche überfallen. Denn jetzt sieht es so aus, als hätten wir die Steuergelder gestohlen. Aber in Wirklichkeit hat er sie sich in seine eigene Tasche gesteckt. Wie schrecklich. Also Leute, wenn ihr mich fragt, hat Will den Nagel auf den Kopf getroffen. Was? Er hat es gewagt, mich, den cleversten Bandenchef aller Zeiten zum Narren zu halten, hä? Das hab ich nicht verdient! Oh, ich erzähle gleich, du Starchef, und das hier... Oh, ich heiße Holz, ich heiße es! Wenn er stinksauer ist, sieht er nur noch rot und dann darf ihm nichts in die Quere kommen. Falls Will recht hat, was ich glaube, müssen wir unbedingt etwas unternehmen. Wir müssen schnell dafür sorgen, dass die armen Bauern ihr Geld wiederbekommen. Und diesem Erwin, dem werden wir einen gehörigen Denkzettel verpassen. Genau. Wir holen uns das Gold. Klar, Kameraden! Die Bauern haben genug gelitten, jetzt ist Schluss mit der Ungerechtigkeit! Das sind schon ganz neue Töne! Wir schleichen uns in das Schloss rein und durchsuchen es von oben bis unten, bis wir das Gold gefunden haben. Wir werden stehlen, aber für einen guten Zweck. Nur diesmal muss es anders laufen als das letzte Mal. Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben, verstanden? Wer macht denn hier an Dauer einen Fehler? Ich hatte heute Nacht einen wunderbaren Traum. Riesige Seele waren bis oben hin mit Gold gefüllt. Seltsam, ich hatte einen ganz ähnlichen Traum. Tja, woran mag das Ullin? Wer weiß. Jedenfalls fühle ich mich heute Morgen ausgezeichnet. Ich möchte euch etwas fragen, Lord. Würdet ihr mir eventuell für eine Weile eine eurer Werkstätten zur Verfügung stellen? Ja, ich habe nichts dagegen, aber dürfte ich wissen, wozu? Verzeiht, aber das kann ich euch leider nicht verraten. Es muss vorerst ein Geheimnis bleiben. Hm, naja, ganz wie ihr wollt, Lord. Bitte, bitte, kauft diese Pilzchen. Ich habe sie bei mir zu Hause gepflückt. Sie sind ganz frisch und sie schmecken sehr fein. Komisch sehen die aus. Die habe ich hier in der Gegend noch nie gefunden. Das wundert mich nicht. Es sind sehr seltene Pilzchen. Bitte, ihr müsst sie mir abkaufen. Ich flehe euch an. Denn wenn ich mit dem vollen Korb nach Hause komme, dann verhauen mich meine Eltern immer. Ach, mein liebes Kind. Nun hör schon auf zu weinen. Das ist ja schrecklich. Komm, ich kaufe sie dir ab. Und zwar alle. Ich danke euch vielmals, Herr Oberkoch. Sag mal, Little John, wo bleibt Matsch? Warum kommt er nicht? Weil er schon längst im Schloss ist. Und was macht er da? Er dreht dem Koch gerade einen Korb Pilze an die Menge reicht, um ein ganzes Bataillon in Tiefschlaf zu versetzen. Wie klug von ihm. Dann können wir uns ja frei bewegen. Um ehrlich zu sein, Robin, bin ich etwas erstaunt, dass du mit meiner Vorgehensweise einverstanden bist. Hauptsache, wir können Lord Elvin eins auswischen. Prima. Dann sind wir uns ja einig, wir werden Lord Elvin um sein gesamtes Vermögen erleichtern. Und hinterher teilen wir es gerecht auf. Seht, Untertanen, vor euch steht euer Herr und Gebieter, König Elvin, der mächtigste Mann der Welt. So sei es. Es wird höchste Zeit, dass ich König werde. Ich kann es kaum noch erwarten. Was zum Teufel treibt dieser Lord bloß in meiner Werkstatt? Nein, das bin ich auf keinen Fall. Doch, doch. Widersprich mir gefälligst nicht. Aber... Schau her, ich habe keine so hohen Backenknochen. Ist ja gut. Ich habe dir gestern genau erklärt, was du machen sollst. Und jetzt ist das Gesicht viel zu dick geworden. Verzeihung, ich werde mein Bestes tun. Nichts, Könner. Das will ich dir auch dringend raten. Und beeil dich, damit die Statue bald fertig ist. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Und, hat alles geklappt? Der Koch hat mir alle Pilzchen abgekauft. Sieh endlich diese albernen Kleider aus. Du spielst nicht mehr das Mädchen. Schade, es hat Spaß gemacht. Aber das ist ja ein Vorratskeller. Das Gold wäre mir aber lieber gewesen. Papa la Papp. Das sind doch wahnsinnige Schätze. Leute, kommt! Nehmt so viel, wie ihr tragen könnt und schleppt es raus. Laut Erwin ist schlau. Er hat sich bestimmt ein gutes Versteck ausgedacht. Vielleicht ist das Gold in einer geheimen Kammer. Und die ist bestimmt unter seinem Schlafzimmer. Also ich würde vorschlagen, wir durchsuchen erst noch die restlichen Kellerräume in Ordnung. Also ich finde Marians Idee gar nicht so übel. Aber meine ist trotzdem besser. War mir klar. Ich hab's. Wir machen zwei Gruppen. Zum Keller geht's da lang. Allmählich hab ich die Faxen dicke. Diese Vollbutze ist ständig anderer Meinung als ich. Vielleicht ist da jemand drin. Komm, wir spät mal rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier fündig werden. Ihhh, ist der hässlich. Sag mal, irr ich mich oder ist das wirklich Lord Herford? Beim heiligen Butzemann. Leibhaftig finde ich ihn schon schlimm genug. Leg dich nicht auf. Lass uns lieber weitersuchen, Schäffchen. Ich kann es immer noch nicht fassen. So etwas Grauenhaftes und Schleimiges habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Komm jetzt. Seid vorsichtig. Da sind wir doch immer. Er schnarcht, also schläft ihr. Los Leute, gehen wir rein. Mhm. Mach auf. Aufwachen. Na los, aufwachen, hab ich gesagt. Oh. Mir stimmt doch irgendwas nicht. Ich meine, ich bin mir einfach mit ihm genannt. Ich bin der König. Ich bin König Aureen und ich befehle dir, mir auf der Stelle die Füße zu küssen. Keine Angst, er redet nur im Schlaf. Sein Größenwahn verfolgt ihn sogar bis in seine Träume. Wacht auf, wir müssen weiter machen. Lass mich schlafen, ich bin so müde. Nichts da, die Arbeit ruft. Hey du, was ist mit dir? Steh auf, du faul Pelz, schür das Feuer, es geht gleich los. Ich hab die Knochen weh. Ich fühl mich so, als hätt ich ein ganzes Haus reingetommen. Hey Matsch, deine Pilzchen scheinen doch nicht so gut zu wirken. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie ja nicht allen geschweckt. Ecke dich raus. Oh Robin, was ist, hast du's gefunden oder nicht? Tut mir leid, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo's abgeblieben ist. Du wolltest mir ja nicht glauben, dass es nicht hier ist. Immer musst du alles besser wissen. Der Gute schläft wie ein Mummeltierchen. Oh, der leidet wohl an Geschmacksverirrung. Das kommt erstmal runter. Was hängt denn hier? Ist ja ein interessanter Bim Bam. Oh, oh. Halt! Was ist denn jetzt kaputt? Ich begreif das nicht. Ich hab doch nur an den Bim Bam gezogen. Oh, seht mal da. Potzenlitz, wie hätte das gedacht? Der Eingang zur Schatzkammer. Na endlich. Ich wette, da unten finden wir, was wir suchen. Worauf warten wir da noch? Little John hat recht. Gehen wir. Wieso schlafen die alle? Was geht hier vor? Geschafft. Das war das letzte Pass. Ich würde nur zu gern wissen, wo unser Chef bleibt. Das sind doch die Banditen aus dem Sherwood Forest. Wir sind ganz nah dran. Ich kann das Gold schon riechen. Na, das werden wir ja gleich sehen. Lord Alvin? Lord Alvin! Ich hab euch etwas Wichtiges zu sagen. Sehr merkwürdig. Da führt ja eine Treppe runter. Da haben wir den Salat. Und was machen wir jetzt? Da müssen wir wohl oder übel an allen Bim Bams ziehen. Hoffentlich ziehen wir nicht am Falschen. Die haben hier bestimmt irgendwelche fiesen Fallen eingebaut. Sehen wir sie uns erstmal ganz genau an. Das hat keinen Sinn. Die sehen sowieso alle gleich aus. Wir müssen uns auf unser Glück verlassen. Tja. Und was machen wir, wenn es schief geht? Die Linke ist bestimmt die Richtige. Nein, die Rechte. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist eher die in der Mitte. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter, Kollegen. Ich habe schon von dieser geheimen Kammer gehört. Aber ich hätte nie gedacht, dass es sie wirklich gibt. Das war anscheinend der falsche Bim Bam. Lasst mich mal daran. Ich werde das Geheimnis lüften und ihr geht besser zur Seite. Sei vorsichtig. Also, er hat wohl den mittleren Bim Bam genommen und das war offensichtlich der falsche. Mal sehen, was passiert, wenn ich hier ziehe. So. Hä? Jetzt weiß ich, wie es geht. Man muss die Bim Bams der Reihe nach ausprobieren. Passt mal auf. Oh, das war das Zehn, ihr Bim Bam's wert. So viel Gold habe ich noch nie gesehen. Little John, wir können nicht alles mitnehmen. Noch eine Kiste, dann ist Schluss. Glaubst du etwa, ich überlasse die schönen Klug an dem Loch? Sei doch vernünftig. Uns bricht ja der Wagen auseinander. Hau, ich will alles haben. Und noch viel mehr. Du brauchst keine Angst zu haben, mein Lieber. Wir haben genug. Oh nein. Erst wenn der letzte Taler in meiner Tasche steckt, bin ich zufrieden. Ich will alles, was in der Kammer ist. Halt. Was war das für ein Geräusch? Er ist aufgewacht. Verschwindet in die Nacht. Abwärts. Mats, ich komme. Ha, wer war das? Hilfe, ich falle. Lord Elvin. Die Stimme kenne ich doch. Da staunt ihr, was? Ich möchte wetten, mich hattet ihr hier nicht erwartet, Lord. Oder soll ich König Elvin sagen? Robin. Ihr seid ein schlauer Fuchs, das muss man euch lassen. Der Trick mit den Kutschen war geschickt eingefädelt. Aber noch einmal wird es euch nicht gelingen, uns übers Ohr zu hauen. Da müsst ihr früher aufstehen. Lebt wohl, König Elvin. Na warte, du. Wir sind zu langsam. Mit diesem Tempo schaffen wir es niemals. Der Wagen ist zu schwer beladen. Los, alle mal aufsteigen. Aber ein bisschen blüfft mich. Verfolgt sich. Wir sind da. Auweia, Chefchen. Die Soldaten sind hinter uns her. Verdammt. Little John, die Soldaten haben uns gleich eingeholt. Mach schneller. Erstmal können vorlachen. Die Pferde pressen gleich zusammen. Es geht nicht schneller. Hallo, ihr Bauern. Das Geld gehört euch. Es sind die Steuern, die ihr zu viel bezahlt habt. Robin, was machst du da? Bravo! Robin, hör auf! Der Wagen ist jetzt leicht genug, wirklich. Nein, es reicht noch nicht. Die Soldaten kommen immer näher. Unsere schöne Weite. Das war ja nun wirklich nicht notwendig. So eine Verschwendung. Sie sind entkommen. Unglaublich. Erst rauben sie mir mein ganzes Ab und Gut und dann trachten sie mir nach dem Leben. Und meine Soldaten, diese Trottel, lassen sie auch noch entrissen. Habt ihr schlechte Laune? Man hört euch bis in den letzten Winkel des Schlosses. Ich wurde letzte Nacht von dieser Diebesbande aus dem Sherwood Forest überfallen und ausgeraubt. Oh nein! Das ist ja furchtbar, aber wenigstens hat man euch verschont. Oder vielleicht doch nicht. Wo ist denn euer schöner Bart geblieben? Bitte? Oh, Hilfe erst weg. Wie peinlich. Ich fühle mich ohne ihn so nackt. Wie ist das passiert? Ich habe nichts bemerkt. Tröstet euch. In ein paar Jährchen ist er wieder nachgewachsen. Wagt es ja nicht, euch über mich lustig zu machen. Was schleppt ihr denn hier an? Ich wollte den Innenhof des Schlosses etwas verschönern und deshalb habe ich ein Denkmal in Auftrag gegeben. Bitte sehr. Es ist ein wahres Meisterwerk geworden. Überzeugt euch selbst davon. Was? Was ist das? Das bin ich ja gar nicht. Es ist zum Heulen. Dabei hätte ich mir so gerne ein Schloss gekauft. Weißt du was? Ich an deiner Stelle wäre stolz darauf, eine gute Tat vollbracht zu haben. Das bin ich ja, aber deswegen hättest du trotzdem nicht alles weggeben müssen. So strafe es sich das hier jetzt ganz alleine auf. Na, war mir nicht gut? Und wie, an der Niederlage wird Erwin noch lange zu knabbern haben. Ob man davon satt wird? Nein! Nein! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk